Im Rahmen der Polenale der Oberpullendorfer Kulturtage zeigt Doris Schamp Cartoons und Malerei. Die Arbeiten der gebürtigen Oberpullendorferin sind vielfältig. Verschiedenste Stile und Kunstrichtungen sind ihre Ausdrucksweise. Ihre Inspirationsquelle ist immer der Mensch, aber auch das Burgenland mit seiner multikulturellen Kultur. Cartoons und Malerei von Doris Schamp bis 5. Oktober im Rathaus Oberpullendorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017